Yo was geht? Ich spiel heute mal ne Runde League. Einfach wenn ich Bock hab. Ja, gibt eigentlich nicht viel zu sagen. Ich brauch ein paar Punkte. Das ist ja aktuell so ein Event, wenn ihr das Video aktuell schaut. Da ist ja dieses Nacht-und-Dämmerungs-Zeug und ich finde das eigentlich ziemlich cool mit diesen Prestige-Scans, die man sich da immer wiederholen kann. Ja, eigentlich gibt es nichts wöderes als sich das Zeug zu kaufen, weil es ist halt schon easy für so einen Spielehersteller einfach alle zwei Monate sich die Spieler so einen Pass kaufen zu lassen. Aber gut, ich hab da irgendwie Bock drauf. Aktuell ist ja auch der Lee Sin in Prestige Edition, also dieser Nightbringer. Auf jeden Fall ziemlich cool. Oh, dann würde ich mir sehr gerne gönnen. Apropos gönnen. Das Zeug hier, das ist so fertiger Grießbrei, habe ich mir gemacht. Ich sag's euch, das Zeug schmeckt wie Pappe. Ja. Richtig geil. Ich weiß jetzt schon wieder, dieses Spiel wird mich abwacken. Ich hab hier ein Level 7, 250.000 Punkte Set und ein Echo im Jungle. Oh ja, das macht keinen Spaß so. Alter! Alter! Sudähe! Halt's ab! Alter! 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 Fmarken Espionade! Ich werde sie alle brechen. Ich erkämpfe uns, Freiheit. 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 Wobei, geh ich zurück? I don't know, ich glaub nicht. Ne, doch nicht. Eventuell kann man in der Ult reinpreschen. Das wär jetzt der Ult-Moment. Alter, ich dachte jetzt, die ficken mich noch. Komm, komm. Hör'n dir. Der will mich jetzt aber nicht flamen. Der will mich jetzt bitte nicht. Also ich hab keine Ahnung, wie ich mit 65 HP da noch dazwischen soll. So eine Fotze. Der wirklich leckst, oder was geht da? Nevermind, ich geh' back Ach komm, ja, 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 ja. Shit. Ich weiß nicht, vielleicht ist das ja auch irgendwie nur mein Fehler, aber was soll ich denn jetzt ein bisschen noch da hinten rein chasen? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. OK, ok. Ich weiß nicht, es geht. Ich weiß nicht, es geht. Armonie ist nicht die Lösung, sie ist das Problem. Wut wächst. Lass deiner Wut freien Lauf. Stimmt, wir haben ja einen Ornen am Start. Oh for real, bitch. Bitte dive mich. Das Licht rettet mich. Es bezwingt. Okay, die ist Toxic. Hm. Hm. Ein Gegner verschillt die Blutrausch. Gegner verschillt aus dem Team. Oh. Ja. 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 Nichts wert ewig. Ich bin der Storf. Was sollen wir da noch mitmischen? Das haben sie schon nice gemacht, ne? Ich habe selbst noch nicht so viele Games gemacht, mit dem neuen System von den Drachen. Was mache ich? Hm. Ja. Gehe ich den auch gleich mit. Okay, korrekt. Ich bin am Arsch, ich bin alles am Arsch. Ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Das muss brennen. Was? Was einfach? Hallo, hier ist ja auch so eine Pflanze. Was geht denn hier? Korrekt. Oh, hier ist ja auch so eine Pflanze. Ich habe viel zu oft schon mit Leuten gespielt, also mit Kumpels von mir. Die haben dann Orn gespielt oder Alistar und das war dann eine Premade Botlane. Ich sage es euch als Yasuo, es macht viel zu sehr Spaß. Es fliegt einfach ein Knockup nach dem anderen. Und dann hat man diese permanente Chance, dass man einfach reinhaut. Das Universum will Chaos. Mit meiner Klinge brecht die Nacht an. Oh, oh, oh. Oh, ich sehe gerade was übersehen. Oh mein Gott, ist das risky. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jetzt geht. Wie ist es? Ich will jetzt voll hier hinten am Start sind. Easy Ich glaube, ich geh mal back Oh nein, jetzt haut er rein, oder was? Ach, Schäde Haut ab Haut ab Haut ab Auf 1 2 1 1 2 2 2 3 ich will schon die ganze Zeit zurück bis ich aufs Maul bekommen mein Team hat aber auch echt Bock oh mein Gott schmeckt schmeckt nicht wie das hier oh shit ok das wird jetzt eine sehr entspannte Runde wer läuft mir denn hier rein wir haben aber auch echt Bock also ich wollte echt ulten vielleicht kennt ihr es so man sieht diese Pfeile oder halt diese Spur und man ist automatisch im Modus zu ulten also man kann da gar nichts wegen machen einfach ok 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 Ich bin wie Glut im Wind. Ich habe das Gefühl, ich muss nicht zur Base, weil die Base steht neben mir und auch hier Senna. Ich hab das Gefühl, ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass ich in die Seite des Auslums zu schaden, ich habe das Gefühl, dass das Gefühl, dass das, geht's nicht. Ich weiß nicht, ob die mich zu dritt ficken, aber zwölf Uhr schaut zu gut aus um reinzugehen. Machen wir den Kollegen hier. Die Dunkelheit naht. Digga, chill. Ich werde dieser Welt einäschern. Ach, wir haben die Seele schon am Start. Oh, okay. Kann ich das jetzt so verstehen wie Lifesteal, oder? Wieso lucky, Bruder? Wieso? Ja, okay. Ich dachte, die Situation jetzt. Ja, wobei, well played. Es war ja echt ein Flame. Ja, also, ich bin ehrlich. Also, du nicht. Hier wird alle cool. Aber ich glaube... Ach, Soraka, oder? Ja, stimmt. Hier sieht man auch noch, ich habe diesen Pass. Deswegen bekomme ich jetzt diese ganzen Belohnungen. Eserang. Perfekt. Ja, also, Spaß gemacht Leute. Cool, dass ihr dabei wart. Und, ja, genau. Bis zum nächsten Mal. Det nie sind mega Volk. Schon PT gut versuchelt. Also, ja, danke schön viele Vertaguernos haben. Das war sow bugs als ich, was habe geschlossen. Vielen Dank.